Yeah! Und bei dir zu was? Jetzt gibts Hau auf den Finger. Sollen wir mal gucken, ja. Ähm, Matzak am Anfang, Heiltrank, Mana Pod und Totem kaufen. Weißer, weißer habt ihr gespielt. Okay, okay. Ja, ich geh auf Unterstützung. Deck! Wann hab ich mal Supporter gespielt? Bei dem Spiel ist mir das irgendwie total egal. Ach, jetzt sieht man wirklich auch alle Sachen. Das ist cool. Ähm, mit mittlerer. Ah, Murdoch geht auf die Dings Lane, warte mal. Ähm, Veri, dann geh ich mal mit, glaub ich. Weil wenn er da rüber geht. Mhm. Dann geh du mal mit ihm da rüber und dann geht Matzak mit Chana. Okay, dann support ich dir. Dann geh mal mit Chana. Ja, Gideon ist dann besser zum Wechseln zu Mitt. Ja, da sind wir anpassbar, das ist gut. Äh, anders geht das nicht. Ich hab keinen Bock mit dem Spiel. Nee, nee, ist richtig. Nein, 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 nein. Wir müssen uns schon anpassen, das ist schon klar. Gucken wir einfach was er macht. Ich hab mal eine Supportrolle richtig spiel. Scheiße. Ich muss noch ganz kurz was schauen. Moment. Hab ich denn in der Mitte? Okay, das geht nicht. Ein hoher Witzer ist bei uns. Hallo und jetzt willkommen hier bei StoffdiriTV. Ja, wir sind auch zwei. Ja, zu mir. Na ja, guckt erstmal was für eine Range es gibt. Alles klar, Bro. Ich schau dann gleich Scorpio. Äh, die haben auf jeden Fall einen im Jungle. Oh, und Feng Mao, da wieder heißt es auch bei uns. Ist das schneller als? Ach ja, das ist ein neuer Client. Oh, da muss ich erstmal gucken, ob es das nicht... Boah, das ist mir ein bisschen zu schnell. Das finde ich gerade nicht so cool. Oh, 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 oh. Na, was bei euch? Haben die einen Jungle auf welcher Seite? Wisst ihr das? Ist auch bei euch? Okay, dann... Boah, wie lange brauche ich beim Annehmen? Ich häng erstmal fest im Menü. Cool. Ah, ich glaube das ist besser. Das will ja spart sein hier vorne. Okay, meiner will nicht so mitmachen. Tiefe. Da! Oh, ich glaube das ist besser. Wie lange um ... Wie lange, wie lange wird das? Wie lange spartieren. Wir werden nicht so mitmachen. Dass du dichternommen hast. Wie lange spartiert das nicht. So jetzt bin ich, Aber Muria, muss ich sagen, ist ganz cool eigentlich Wird so ein bisschen wie Athena, aber es Und sonst, liebe Leute, wie geht's euch allen, hm? Alles gut bei euch? Das wird nicht so leicht Das wird nicht so leicht Hey, eine Frage, BJK, natürlich, versuch alles zu fragen, was geht, wenn wir antworten können Wir haben hier mehrere Leute, die auch schon ein bisschen Ahnung haben Das ist ja kein Problem, ne, Leute? Wir helfen dir immer gerne Ich kann nur nicht immer in den Chat gucken, das ist das Problem, wenn ich nach links gucken muss Und ich muss ein bisschen konzentrieren auf das Play auch, ne? Also, nicht wundern, wenn es zum Beispiel ein bisschen dauert Er muss mir dann sagen, weil ich jetzt hier den Chat auch nicht finde Er hat keinen Mana Ja, da spielt wirklich jemand, äh, hier Paragon, Mr. Jote Oh, der will immer auf mich Jetzt kriegt aber Damage, hä? Jetzt kriegst du Damage Ähm, vielleicht muss ich gleich back Paragon wäre echt nett Hast du vielleicht ein paar Codes? Codes, äh, hab ich noch welche? Das ist eine gute Frage Müsste ich selbst mal gucken Kann man immer noch in Weiden? Geht das noch, ja? Nee, 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 die brauchen Early Access Ah, okay Weil soviel ich weiß, musste man nämlich eigentlich dann im Test dabei sein, damit wir das bekommen Ich glaub, so, die Codes bringen nichts aus Das gibt jetzt noch andere Codes, wenn du das irgendwie bestätigen kannst Naja, aber nur, wenn du dir die 50-Euro-Version holst, dann kannst du zwei Leute einladen Hier ist irgendjemand in einem Jungle bei uns rechts, auf jeden Fall macht den Jungle Ich glaub zwei, ja Ah, also, ah, okay, also das geht, ne? Da sollten wir mal gucken Und dann sammeln wir die mal und gucken, ob wir eventuell mal ausspielen Also wir spielen auf jeden Fall aus, das ist kein Problem Weil ich glaub, alle von uns haben das soweit Komm, der ist gleich weg Läuft rein Yes Good Job Können wir das eigentlich kaputt machen? Na, schade Dachte ich aber Oh Vorsicht Bei unserer Lange ist einer auf jeden Fall weg, schon Das stimmt Das stimmt, das stimmt BJK Sonst würdest du das nicht fragen Ähm, ja, wie gesagt, wir gucken gleich mal rein noch Wenn wir das Spiel mal zu Ende gemacht haben Ich geh mal im Account Wenn sowas ist, äh, können wir Giveaway natürlich, ne? Geh mal zurück Ich weiß nicht, unser kommt auch irgendwie nicht Back bis jetzt Ne, der Fang, der geht runter Ich glaub, das ist eigentlich der Assassine Das müsste der Assassine sein, der kann halt nämlich auch aufspielen So, jetzt wollte ich erstmal hier ganz kurz, äh, mal aufbauen Achso, wie der Schnelllaufmodus ist, L2X zusammen, ne? Ja, gar kein Problem BJK Ist auch ein fairer Preis, muss man ganz ehrlich sagen Nein, ich hab verkackt Oh, 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 oh Er ist neben mir Nein, das wollte ich nicht Ja, block mich doch nicht Block mich doch nicht Junge, ich wollte doch da ran vorbei Ich hol mir die jetzt Ich komm von hinten es geht mit ihm hier er geht weg da ist er close da ist er ziemlich close ich muss ja mal richtig durchlesen was habe ich jetzt hier alles ja ich mach's mal an den anderen boah der hat Ulti gezogen zum Glück ich komm weg das ist eine Auer ja ich bin unterwegs geh ruhig weg ja mach ich achso das ist noch dicht ok jetzt check ich es erst muss jetzt noch ein bisschen reinkommen aber ich pushe ihn gar nicht richtig mit ja gib mal Gas ich bin hier schon dran ich hab den einen hier naja sorry ich musste grad gucken weil ich war mir nicht sicher alles gut wir haben uns eh in den Tower wir haben uns eh in den Tower auf dem Weg ja pass auf häng Mao der ist hier manchmal kommt schön von der Seite ja ich weiß so easy find der ziemlich geil ich geh jetzt aber mal back ja ist hier ist hier unten bei uns pass auf ah der Joker ja der kann er nicht hören ja toll wie soll man das sagen äh 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 der soll zurück ja er bleibt drin komm geh da rein okay geh doch weiter nicht nach da oh wieso gehst du nach da ja der wollte losrennen Holt sie verkackt, dann sag ich doch. Oh, er will auf jeden Fall zu mir. Na ja, Junge, Schutzschild. Aber wieso läuft der da unten so doof durch die Gegend? Oh mein Gott. Da war irgendwas. Meiner ist down auf der Lane jetzt. Soll ich den noch bitte da machen? Was geht, Leute? Mist der Hase, was geht? PS4-Nachrichten liest ja keiner. Da guck ich ganz selten rein. Das krieg ich gar nicht auch mit, wenn ich ehrlich bin. Das hab ich aus. Ich sag ja, du riechst das immer, wenn wir mit unseren Jungs richtig spielen. Du hast da irgendwie das Gefühl für. Das gefällt mir. Du musst überlegen, Hase, das schreiben immer so viele Mann. Teilweise weiß ich auch gar nicht, wer wer ist. Ich werde teilweise echt zugeballert. Deswegen hab ich die Nachrichten noch ausgemacht. Ich weiß nicht, was wäre ganz schön. Mach ich mich ganz schön.